Herzlich willkommen bei Börser Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben die Börsentage gut überlebt. Es ist ja gerade ein bisschen wirrwarr. Die FED hat die Zinsen drastisch reduziert und der Kurs ist erst mal nicht angesprungen. Schauen Sie sich das letzte Video an. Ganz spannende Geschichte und jetzt im Moment ist so der Markt am Suchen. Geht es nach vorne, geht es nach hinten? Also eher so ein bisschen nach vorne, aber so ganz klar ist die Sache nicht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, nach dieser Zinssenkung und nach den Korrekturen nach oben sowie auch wieder zurück nach unten am Aktienmarkt, sind Aktien jetzt teurer geworden oder günstiger geworden? Kleiner Spoiler vorweg, sie sind teurer geworden. Und was das bedeutet, vor allem für den Oktober, der ja als besonders gefährlich für Aktien gilt, das erfahren Sie in diesem Video. Schauen wir uns zunächst mal den globalen Aktienmarkt an. Und da muss man natürlich sagen, was muss man als erstes betrachten? Das sind natürlich die Zinsen. Die Zinsen sagen uns, wie teuer das Geld ist. Die Zinsen sagen uns, was bekomme ich auf der sicheren Seite, um dann auch andere Vermögensgegenstände, Vermögenswerte zu bewerten. Wenn man mal global anzieht, dann sieht es so aus, dass der risikofreie Zins, der ist etwas gesunken, 2,93 Prozent. Er war letzten Monat noch knapp über drei. Das heißt, hier sind die langfristigen Zinsen schon im Vorfeld vor der Entscheidung der FED gesunken. Dazu muss man folgendes wissen, dass die langfristigen Zinsen von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen über Auktionen festgestellt werden. Das heißt, jemand braucht Geld und sagt, ich biete hier eine Anleihe an für 4 Prozent. Dann kommt keiner, will sie nicht haben. Dann wird die Auktion praktisch erhöht, 4,2, 4,3, bis dann genug Anleger kommen, um diese Anleihe zu zeichnen. Das heißt, die langfristigen Zinsen sind unabhängig von der FED, von den kurzfristigen Zinsen. Aber die Wirtschaft hängt natürlich an der FED. Deswegen gucken da so viele, was machen die Zentralbanken. Also wir haben 2,93 Prozent auf zehn Jahre sicher. Dann müssen wir natürlich gucken, wie groß ist die Inflation. Und die haben wir weltweit bei 5,9 Prozent. Das heißt, die Zinsen sind viel, viel kleiner als die Inflation. Das heißt, ich kann mit den sicheren Zinsen weltweit im Durchschnitt zumindest die Inflation nicht schlagen. Mein Geld wird immer weniger wert, auch wenn der Nominalwert steigt. Also das ist schon mal die erste Aussage. Die Inflation ist da. Dann haben wir natürlich die Unternehmensanleihe. Das heißt, wenn ich jetzt ein Risiko eingehe und gebe dem Unternehmen Geld mit einem gewissen Risiko, also viel mehr als ich jetzt bei einer Staatsanleihe habe, dann bekomme ich 5,98 Prozent. Das ist schon gerade so auf dem Niveau der Inflation. Aber nach Steuern und Kosten habe ich dann auch keinen Inflationsausgleich oder wenn, dann nur knapp. Dann schauen wir die Aktienseite weltweit an. Dann sieht es da ganz mau aus. 5,01 Prozent. Also die Aktienrendite, das heißt der Gewinn pro Kurs, also der Gewinn auf den Kurs bezogen. Also 5,01 Prozent sind jetzt Gewinne in den Unternehmen ausgewiesen. Das ist natürlich relativ wenig. Wenn ich bei der Unternehmensanleihe schon mehr kriege, nehme ich doch lieber die Unternehmensanleihe. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für den Aktienmarkt. Das bedeutet, dass Anleger eigentlich eher die Anleihenseite nehmen als die Aktienseite. Aber Vorsicht, bitte aufpassen, weltweit heißt MSCI World, da ist 60 Prozent USA drin. Also deswegen dieses weltweit, das muss man noch ein bisschen differenzierter angucken, was wir auch gleich machen werden. Dann haben wir den Return on Equity, die Eigenkapitalrendite bei 15 Prozent. Das sieht ganz gut aus. Das heißt, die Unternehmen stehen ganz gut da, können sich gut halten. Dann schauen wir uns doch die USA gleich mal an. Und dann werden wir sehen, dass hier der größte Einfluss auf den MSCI World ist, nämlich die USA. Wir haben eine Anleihe, also eine US-Staatsanleihe mit 3,78 Prozent. Also hier bekomme ich mehr als am globalen Markt, 3,78 Prozent auf zehn Jahre. US-Treasury, die Inflation ist zurückgekommen auf 2,5 Prozent. Das heißt, in den USA kann ich mit einer zehnjährigen Staatsanleihe tatsächlich auch nach Kosten und Steuer die Inflation schlagen und mein Geld vermehren. Gibt es natürlich Kritiker, die sagen, ja, aber die Staatsverschuldung ist so groß, das ist kein risikofreier Zins. Dem muss ich natürlich recht geben. Die USA ist hoch verschuldet und da kann es auch gefährlich werden. Aber im Moment ist es ein sehr, sehr gutes Rating. Ich meine, es ist die Weltmacht, die verdienen einfach viel Geld. Die können durch wenige Steuererhöhungen sich auch schnell wieder, sage ich mal, finanzieren und die Schulden auch wieder zurückzahlen. Das sehe ich gar nicht so als großes Problem an, aber natürlich gibt es da Risiken. Richtig, nehmen wir mal die Unternehmensanleihen. Auch hier kriege ich 5,98 Prozent, deutlich mehr als Inflation in den USA und deutlich mehr als der risikofreie Zins, was auch ganz angenehm ist und im Moment ein gesundes Szenario darstellt. Wenn ich mir aber jetzt den Aktienmarkt angucke und das ist der S&P 500, dann sieht es da mau aus. 4,3 Prozent Gewinne sind im Moment auf den Kurs bezogen da und das sind Zahlen nach der FED-Erhöhung, also nach dieser Kurskorrektur in positivem Sinne, muss man sagen, also nach der Kursanpassung dieser Zinssenkung der FED. Das sind die Werte mit 4,3 Prozent Gewinn. Auf dem momentanen Kurs sind US-Aktien doch sehr teuer. Und hier auch nochmal wieder einen kleinen Disclaimer oder kleinen Achtung, Warnung der S&P 500. Die zehn größten Aktiengesellschaften, die Ihnen bekannt sind, Apple, Microsoft, Google, Morgan Stanley, J.P. Morgan, also die ganz, ganz großen, die haben hier das größte Gewicht und die sind auch wirklich zu teuer. Da schauen wir uns noch am Ende an, dass bei den kleinen Aktiengesellschaften das viel, viel besser aussieht. Aber hier die großen Tech-Werte in den USA, die treiben die Kurse nach oben und die sind deutlich zu teuer. Also wenn ich jetzt als Anleger sehe, was ich am S&P 500 bekomme an Gewinn und so sehe ich ja dann auch das Wachstum in den nächsten Jahren, dann ist doch die Unternehmensanleihe oder sogar die Staatsanleihe im Moment besser. Deswegen sind die Kurse im Moment eher sehr wackelig. Dann haben wir die Eigenkapitalrendite, die ist in den USA sehr, sehr gut, 18%. Das muss man sagen, die Unternehmen stehen ganz gut da. Aber auch hier muss man die Details kennen. Die Eigenkapitalrendite ist natürlich höher, je mehr gehebelt ist. Das heißt, je mehr ich mich selbst finanziere, das heißt, je mehr Schulden ich habe und das Eigenkapitalrecht klein ist und darauf den Gewinn beziehe, dann habe ich natürlich sehr schnell hohe Eigenkapitalrenditen, was eine sehr hohe Rentabilität des Unternehmens bedeutet, aber natürlich auch Risiken, wenn diese großen Schulden nicht bedient werden. Genau, das muss man sehen, aber das nur am Rande, das ist jetzt Makulatur, also bei den großen Tech-Fern, da gibt es jetzt keine Risiken, dass die sich nicht finanzieren können, nicht, dass sie das falsch verstehen. Aber Eigenkapitalrendite, und da gucken die Amerikaner ja auch drauf, die wollen, dass das Eigenkapital sich gut vermehrt, schnell vermehrt, das sieht super aus. Alles in allem, USA, teuer, besonders die großen Tech-Werte. Schauen wir nach Europa, dann sieht es anders aus. Zum einen hat sich in Europa der Zins kaum verringert, 2,84%. Das war unwesentlich mehr im letzten Monat, also der langfristige Zins. Die Inflation ist auch nicht so stark gesunken wie in den USA, da waren wir ja noch über 3% vor zwei Monaten. Jetzt bei 2,5, hier sind wir bei 2,2, viel näher am Ziel. Also das ist schon Ziel erreicht, 2,2% kann man fast sagen. In Europa, die Unternehmensanleihen bringen 3,51%, nicht so viel wie in den USA, aber dafür, sage ich mal, haben wir eine viel, viel bessere Aktienrendite. Mit 7,04% sind die Aktien hier wesentlich rentabler. Das heißt, die Kurse sind niedrig, die Gewinne sind hoch. Das ist das, was einem freut, weil nach wie vor wir in Europa natürlich Probleme haben und gerade die amerikanischen Anleger nicht so gern nach Europa gehen und erst mal USA kaufen. Trotz alledem gibt es viele tolle Unternehmen, die Gewinne haben, die Kurse sind günstig und die Eigenkapitalrendite mit 13,6% lässt sich sehen. Man muss das ja mal im Verhältnis zur Anleihe sehen mit 3,51%. Also auch hier stehen die sehr gesund da, die Unternehmen, zumindest die großen Unternehmen. Auch hier haben wir ja wieder einen Index, der nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, der Stocks Europe 600. Das heißt, hier die großen Unternehmen stehen gut da und sind aber günstig. Das ist das Interessante. Vor allem, was wir in Europa haben, was USA nicht hat, wir haben eine kleinere Inflation und das ist natürlich sehr gut, besonders für die Unternehmen. Schauen wir uns das Ganze natürlich in Deutschland an. Entschuldigung, in Asien. Asien wollen wir noch vorwegnehmen. Bevor wir uns Deutschland angucken, Asien, hier sind die Zinsen bei 2,1%. Das ist China. Auch die Inflation ist China. Unternehmensanleihe lassen wir hier aus. Und die Aktienrendite noch besser als in Europa. 7,62%. Warum ist klar? Der asiatische Markt ist schwierig. Er ist gerade, was chinesische Aktien angeht, reglementiert und kann schnell, sage ich mal, zu Risiken bekommen für ausländische Anleger. Die Eigenkapitalrendite ist hier auch ganz gut. 11,88%. Das lässt sich sehen. Und jetzt springen wir nach Deutschland. Das interessiert uns natürlich. Wie sieht es im DAX aus? Hier wird natürlich der DAX hinterlegt mit den Daten. Risikofreier Zins hat sich nicht sehr verändert. Der ist ein bisschen runtergegangen. 2,14%. Letzten Monat waren wir bei 2,17%. Die Inflation unter 2% mit 1,9% sind wir am Ziel in Deutschland. Das ist schon mal auch sehr, sehr erfreulich. Und dann haben wir auch Unternehmensanleihen mit 3,51%. Das heißt, in Deutschland mit einer Staatsanleihe, wenn ich nicht viel Steuern zahle, wenn ich meinen Freibetrag ausschöpfen kann, kann ich geringfügig mein Vermögen tatsächlich vermehren im Wert auch. Und mit einer Unternehmensanleihe, da bin ich auf der sicheren Seite, da kann ich mein Vermögen vermehren. Und bei der Aktienseite sieht es super aus. 7,55%. Wir sind ein bisschen teurer geworden zum Vormonat. Und das gilt übrigens für alle Werte, für USA, für Europa und auch für weltweit. Nur Asien ist günstiger geworden. Eigenkapitalrendite mit 11,8% im Vergleich zum Unternehmensanleihe 3,51. Super. Also auch die stehen da, aber man sieht natürlich im Vergleich zu USA, hier sind die Unternehmen nicht so stark verschuldet, stehen also gesünder da und verzichten allerdings auch auf Eigenkapitalrendite. Also die Rentabilität ist geringer als in den USA, aber stabiler dafür, weil nicht so viele Anleihen herausgegeben worden sind, weil die Unternehmen nicht so stark verschuldet sind wie in den USA. Das kommt nur zum Tragen, wenn es irgendwie Verwerfungen gibt. Also dann wird es schwierig, wenn man stark gehebelt hat. Wenn alles gut läuft, dann ist USA natürlich besser dran, weil rentabler. Wenn aber Stürme kommen, dann stehen die Europäischen besser da. So, dann schauen wir uns noch die kleinen Aktiengesellschaften an, auch ganz wichtig. Denn da sehen wir, da sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus. Schauen wir uns die SDAX-Werte an, also die kleinen Aktiengesellschaften in Deutschland. Das können Sie auch mit Europa machen und mit USA, das sieht sehr ähnlich aus. Der risikofreie Zins nach wie vor 2,14 Prozent. Ist ja eine zehnjährige deutsche Staatsanleihe. Auch die Inflation in Deutschland 1,9, da ändert sich nichts. Und auch die Unternehmensanleihen sind für alle gleich. Aber die Aktienrendite bei 8,49 Prozent. Das heißt, ich habe hier im Small Caps-Bereich Unternehmen, die extrem gute Gewinne haben. Die haben Wachstum, aber im Moment will sie nach wie vor keiner so richtig kaufen. Und das gibt uns Chancen, wenn ich das Risiko tragen kann und vor allem auch noch Zeit habe und warten kann. Denn es kann sein, dass sich diese Anomalie, dass die Small Caps so schlecht laufen im Vergleich zu den großen, kann noch länger andauern. So, dann haben wir die Eigenkapitalrendite. Die ist allerdings hier recht dürftig. 8,74 Prozent reicht aber immer noch gut aus. Wenn ich die 3,51 ins Verhältnis setze, mehr als das Doppelte. Das heißt, das ist gesund. Aber man sieht schon hier, dass die Kleinen nicht so stark verschuldet sind, nicht so stark hebeln. Und das ist dann auch wieder ein Zeichen der Stabilität. Und deswegen ist gerade gar nicht so nachzuvollziehen, warum so wenige in die kleinen Aktiengesellschaften investieren. Kann auch sein, dass die Medien ja gerade so gegen den deutschen Mittelstand und Deutschland als Geschäftsmodellunternehmen große Probleme wälzen, die auch sicher da sind. Keine Frage, Infrastruktur wurde lange vernachlässigt und, und, und. Das kennen Sie aus anderen Medienberichten, will ich gar nicht so eingehen. Es gibt schon Gründe, aber es gibt auch viele Unternehmen, die wirklich gut dastehen und interessant sind. Alles in allem, will ich zusammenfassen. Der Aktienmarkt nach der Zinssenkung der FED ist etwas teurer geworden. Logisch, weil die Zinsen auch runtergekommen sind. Dann können Zinsen auch teurer sein. Der Abstand ist immer interessant. Und da muss man ganz klar sagen, amerikanische Aktien sind im Moment nicht so interessant. Wenn Sie welche haben, würde ich die halten. Aber die Perlen, die große Wachstumswerte vor sich haben und Kursgewinne noch vor sich haben, die finden wir eher in Europa und in Deutschland. Insofern bleibt spannend. Vor allem, wir sind ja in den schwierigsten Monaten, September, Oktober sind die gefährlichsten Monate. Ich mache nächste Woche zum Oktober wieder ein Video zur Sessionalität. Verpassen Sie das nicht, deswegen unbedingt abonnieren. Denn wie der Oktober aussieht, da sehe ich eher dunkel. Vor allem, weil die Aktien auch noch teurer geworden sind, das ist auch ein schlechtes Zeichen. Wie es dann im November weitergeht, das werden wir nach der Wahl sehen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Alles Gute, Ihr Thomas Hupp Das Gute, Ihr Thomas Hupp Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018